So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO und dit ist ein Video, dit wird euch wehtun. Für den Titel habe ich wirklich alles in die Wege geleitet, vom Altmeister BisaFanTV gelernt, abgekupfert, aber weil der nicht mehr da ist, habe ich mir vom Großmeister persönlich, vom Schilling, mich inspirieren lassen, wie man Titel macht, die euch in die Irre führt und anleiten, aber man trotzdem dann nicht sagen kann, das ist ja totaler Quatsch. Deswegen, es geht darum, ich habe gerade entdeckt, ich wollte meinen Feldforschungsbruch abholen, äh, Durchbruch, habe gedacht, ach, guck mal, ein Päckchen, ich mach doch so gerne Unboxings, drück hier drauf, seh dieses Relaxo und dann habe ich mich schon selbst gespoilert. Und wer es weiß, der weiß es, wer es nicht weiß, der weiß es nicht, der wird es vielleicht gleich wissen, jetzt gucken wir mal, ob wir das überhaupt fangen können, ob wir hier schön mit einfach fabelhaft, Was ist denn da jetzt auf, da fliegt der ganze Bauch rum, mit einfach fabelhaft dieses Relaxo eintüten, ja, das kann nicht fliehen, das ist sowieso immer drin, wir hätten auch einfach rote Bälle nehmen können, Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, diese silberne Sanana-Beere, damit ich mehr Bonbons kriege, jetzt tüde ich das ein, jetzt bewerte ich das und guckt euch das mal an. Ein 100% Relaxo aus dem Feldforschungsdurchbruch am 29.05. und das Beste kommt jetzt, wir tun es einfach mal verschicken an den Professor. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Leute ausrasten und sagen, jetzt verstehe ich das, wieso das weh tut, der Typ, Alter, der verschickt dieses 100% Relaxo. Aber, ich, als alte Torfnase, habe ja einen Grund dafür, ich habe nämlich schon zwei 100%ige Relaxo und wer jetzt sagt, ja, ihr Spoofer oder was, das ist ja wieder mal, Guckt euch mal das erste Relaxo an, das ist der Leon Dai, der ist auf Level 50 mit 100% und der ist gefangen am 3.09.2017 in Straufheim, Thüringen, Deutschland. Der war in einem Raid und das sieht man auch sogar hier, der Ball ist nämlich zu sehen, das war ein Relaxo aus einem Raid. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir waren auf dem Friedhof, da gab es Relaxo-Raids, ich fand Relaxo richtig cool. Ich habe einen Relaxo-Raid gemacht, den konnte man damals auch gut im Duo immer machen mit einer Maromai-Armee. Habe ein 100% Relaxo aus dem Friedhofs-Raid gezogen im Raid. Wie oft möchte ich noch Raid sagen, ja, da steckt eine fette Erinnerung dran, der ist hochgezogen, der war richtig cool. Nichts er spooft, nichts er cheated, einfach legit mit Erinnerung dran, das war richtig toll. Und das zweite, was ihr hier seht, das ist sogar noch besser, das hier war von 2017 und das eben vom Juli 2022, der Berliner Bär, den ich auch hochgezogen habe. Obwohl ich ja schon einen 100er hatte, aber weil er eben eine Mütze auf hat. Und wo gab es den Berliner Bär? Natürlich in Berlin, steht ja auch hier beim Event Pokémon Go Fest Berlin in Berlin, Deutschland zweiter, siebter. Und nein, nix, er spooft, er cheated irgendwas hin und her. Ich habe ja einen Vlog gemacht vom Berliner Go Fest letztes Jahr. Und ihr habt gesehen, wir waren vor Ort, wir haben dort die Leute getroffen, wir haben uns mit der Community getroffen, wir haben Hallo gesagt und Tschüss. Und irgendwann sind alle ausgerastet und losgerannt, weil sie gesagt haben, da ist ein 100er Relaxo gespawnt. Und während des Berliner Go Festes hatte es diesen Hut. Wir haben es bekommen, wir haben es gefangen im Video, wir haben das gezeigt, haben das bei Max Out Monday dann mal hochgezogen. Und deshalb sage ich, ist es gar nicht so schlimm für mich. Vielleicht für die, die noch kein 100er Relaxo haben, die werden sagen, ach Mensch, ich hätte es trotzdem behalten. Oder aller guten Dinge sind drei, mal aus dem Feldforschungsdurchbruch, was ja dann auch Zufall ist und nicht ersnipet oder irgendwas, hätte noch einen Wert. Aber bei zwei Stück ist hier Schluss, zwei Hunderter bei mir, den Berliner Bär, den könnte man auch noch zum Best Buddy machen. Hab zwar noch ein Krypto irgendwo mal auf Level 50 gezogen, warum auch immer, ist ja kein Hunderter gewesen. Fand die Idee irgendwie cool. Aber bei diesen zwei soll es jetzt bleiben, darf es jetzt bleiben. Und das ist cool, mal wieder aus dem Feldforschungsdurchbruch, wo ja in der letzten Season sowieso 6, 7, 8 Pokémon Querbeet drinne waren, einen Hunderter zu kriegen und dann auch noch so ein fettes mit so einem dicken Bauch, was man dann verschicken kann an den Professor. Ich hoffe, dieses Video hat euch nicht allzu sehr wehgetan. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns vom nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.